Na, das kann doch nur gut werden. Ab ins eigene Restaurant. Recipe for Disaster startet heute am 5.8. Raus aus dem Early Access, Release ist da und ich schaue schon mal rein, was sich denn so geändert hat. Wir gehen einfach mal in ein komplett neues Game und gehen da in ein freies Restaurant und bauen uns unser Traumrestaurant auf. So, also rein damit. Neues Spiel und ich würde sagen Sandbox Modus oder sagen wir die Kampagne, Tutorial, Kampagne. Wir machen vielleicht doch erstmal die Kampagne, oder? Gucken wir einfach mal rein in die Kampagne Sloppy Joes. Fangen wir damit an, das sieht doch ganz gut aus, da haben wir ein bisschen was zu erledigen und Sandbox Free Mode können wir dann immer noch machen. Schauen wir erstmal, was denn da so geht. Ja und da sind wir dann auch schon im Startmenü sozusagen von Sloppy Joes. Prolog, ein unerwarteter Gast. Vor ein paar Monaten hast du deinen allerersten Teilzeitjob als Burgerbrater bei Sloppy Joes im Stadtzentrum angenommen. Um Eindruck zu hinterlassen, bist du nach Feierabend heimlich geblieben, um an den neuen Rezepten für eine Spezialsoße für den berühmten Vulkan Burger zu arbeiten. Gestern hast du beschlossen, einem Kunden heimlich etwas von deiner experimentellen Soße zu verpassen und sie ist großartig angekommen. Toll, nicht wahr? Nun, wie sich herausgestellt hat, ist dieser Kunde ein berühmter Influencer und lässt nun Follower in Scharen in das Restaurant strömen, die Teil des Ganzen sein wollen. Der Manager ist heute nicht zur Arbeit erschienen und hat offensichtlich Panik. Jetzt liegt es an dir, den Rest des Teams unter Kontrolle zu behalten und mit diesem plötzlichen Zustrom hungriger Kunden fertig zu werden. Puh, das klingt doch schon mal nach einer großen Herausforderung. Was haben wir denn hier an der Seite stehen? Da haben wir so ein paar Bedingungen sozusagen, wir müssen ein paar Feuerlöscher platzieren, weise drei Arbeitskräfte demselben Gerät zu, maybe, erstelle zwei Reinigungsbereiche, verdiene und Bonus und so weiter und so weiter. Also, das sieht doch schon mal alles ganz gut aus, das sollten wir doch hinkriegen und hier sind wir dann auch schon in der Übersicht. Also, wir haben hier unser Restaurant, das heißt, wir haben hier einmal den Gästebereich, dann haben wir hier die Toiletten und natürlich auch noch die Küche. Und all das müssen wir natürlich alles so anordnen, dass das hier alles lüppt. Jetzt überlege ich noch gerade, ob ich das nicht schon direkt nochmal umbaue. So, ich hatte das eben in den ersten paar Minuten vom Tutorial mir angeschaut, ob man das nicht sogar noch ein bisschen optimieren kann. Man kann Sachen aufheben. Siehst du, rechte Maustaste, dann mit R kann man das drehen. Und dann ist man da vielleicht noch ein bisschen schneller mit, wenn wir alles ein bisschen näher und zusammenhalten. Ich hoffe, das ist dann auch so. Und ich mache jetzt hier nicht ein riesen Theater. Wir machen das mal so. So, dass wir hier alles schön dicht an dicht haben. Ob das wirklich gut ist, werden wir sehen. Ich habe bisher nur mit einem Mitarbeiter quasi angetestet und jetzt muss das Ganze halt richtig lüppen. Wir haben hier draußen sogar noch Lagerregale. Das ist eigenartig. Die holen wir aber in jedem Fall mal rein. Das verstehe ich ja gar nicht, was das soll. Die stellen wir einfach mal hier so hin. So, ich hoffe ja nicht, dass dann die Leute da irgendwie rausrennen. Und wir haben jetzt hier als Aufgabe, platziere drei Feuerlöscher. Das müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Hier haben wir die Deckenbeleuchtung. Geil, man kann sogar richtig schön ranzoomen. Können wir das hier aufheben? Müssen wir das in den Müll werfen? Offensichtlich, ja. Das hier ist einmal Müll. So, und dann können wir theoretisch hier eigentlich schon reingehen und starten. Was hat unser Budget? Da hocke ich gerade vor. Wir haben ein Budget von, ja, knapp 6.000. Ich hocke mich da mal wieder hin. Und wir haben hier die Möglichkeiten, auch noch ein bisschen Dekoration hinzubringen und ähnliches. Noch weitere Stühle. Das können wir doch gleich mal nochmal ein bisschen umstellen. Ich würde sagen, wir machen mal, also diesen Toilettenbereich hier, das ist ja sehr, sehr wild. Aber das haben wir jetzt nun mal so. Das ist ja wirklich wild. Zwei Toiletten, zwei verschiedene Ecken. Sehr, sehr unpraktisch das Ganze. Nichtsdestotrotz versuche ich das Ganze mal so ein bisschen nochmal zu optimieren. Das heißt, wir haben zum einen unsere Gäste vielleicht mal ein bisschen näher dran. Dann bekommen wir das so hin und so. Dann sitzen die direkt an der Toilette, ne? Das ist vielleicht auch nicht so ideal. Aber ich glaube, da machst du nichts. Irgendwer wird einfach an der Toilette sitzen. Und dann stellen wir hier einfach nochmal einen Tisch hin. Wir nehmen einfach hier so einen gewöhnlichen Tisch. Zack, und dann nehmen wir noch ein paar gewöhnliche Stühle. Wir haben hier diese Holzstühle, glaube ich. Und die ergänzen wir jetzt hier alle. Zack, 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 zack. Für vier Personen. So, das sieht auch schon mal ganz ordentlich aus. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen Deko drauf. Hier im Deko-Bereich sieht man dann auch hier erstmal diesen Serviertenhalter mit auf dem Tisch. So, so und so. Und hier an der Seite kann man sich das anzeigen lassen. Ambiente. Und das Ambiente-Overlay zeigt dir dann an, wie hübsch das ist. Und je grüner diese Area ist, hier in der Mitte sieht man schon ein bisschen grünliche Bereiche. Je grüner die Area ist, umso schicker ist das gesamte Ambiente. Und umso zufriedener sind dann die Kunden und so weiter. Und dann haben wir hier auch noch irgendwo, wo war denn das, diesen Reinigungsplan. Kann ich da auch wieder raus, ja. Sauberkeitsbereich, da komme ich jetzt gerade noch nicht hin. Kann ich das hier zumachen? Der ist hier ausgegraut, okay. Ich hoffe, ich habe ausreichend Lebensmittel da. Das mit den Lebensmitteln, das muss ich erstmal noch alles richtig neu entdecken. Wir gehen nochmal ein bisschen mehr in die Deko rein. Und machen hier nochmal so ein bisschen Schnickschnack. Hier so ein Wandregal und so Sachen, das kostet nicht viel. Und bringt vielleicht auch schon mal so ein bisschen Deko. So, was haben wir hier noch? Da können wir auch noch so Wandregale dran klatschen. Hier und da. Und dann machen wir noch in der Mitte, was haben wir denn irgendwie was Größeres? Mittelalterliches Banner, Schwert und Schild und Gitarren. Ne, so was brauchen wir doch alles nicht, oder? Kerzenlicht. Wir könnten Kerzen hier drauf stellen, okay. Ich bin es für so Blumen, Vasen und so was alles. Das machen wir hier nochmal schön mittig. Zack und Zack. Zack und jetzt gucken wir nochmal nach Ambiente. Ja, ist doch schon fast schick. Dann machen wir hier nochmal. Zack und Zack. Und Zack und hier machen wir auch noch eine hin. Zack und jetzt ist da doch hier schon fast ein richtig schöner Laden. Sieht schon fast ein Blumenladen, oder? Okay. So, soweit so gut. Auf was muss ich noch achten? Habe ich irgendwas vergessen? Hier ist Personal. Oha. Oha. Unsicher. Okay. Unfähig zu bedienen. Okay, okay. Er hält Rabatt auf Zutaten. Okay. Das ist wild. Das ist aber auch ganz cool. Jetzt müssen wir gleich mal gucken. Hier haben wir... Sind da die Fähigkeiten? Reinigen. Zwei. Ei, ei, ei. Die haben aber auch alle Fähigkeiten doch. So, wer ist denn hier der Chefkoch? Das sieht doch schon mal so aus, ne? Benjamin Grant. Da haben wir doch hier den Chefkoch. Die haben hier Service. Moment, nee, Moment, Moment, Moment. Ette hier, ne? Amber Ross. Amber Ross. Amber Ross. Die hat zumindest hier mit Braten... Was haben wir denn? Wir haben so eine Fritteuse. Hier sind auch überall zwei Punkte. Wäre auch nicht schlecht. Je zornig. Das ist doch der klassische Küchenchef. Je zornig. Okay. Ich würde sagen, wir machen einfach mal auf den Laden. Haben wir irgendwas vergessen? Ja, haben wir. Hier platziere drei Feuerlöscher. Gucken wir mal eben, dass wir dann auch alles erledigen können. Wände bauen und sowas alles. Wir könnten Sachen abreißen. Duplizieren. Sehr schön. Landschaftsbau für außen. Leuchten, Toiletten. Möbel. Gibt es denn hier? Geräte, Feuerlöscher. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass wir die Feuerlöscher wohl eher in der Küche benötigen. Also platzieren wir hier und hier mal einen. Und wir platzieren einen Feuerlöscher. Dort. Eins, zwei, drei. Erstes. Ja. Ersten Punkt haben wir erledigt. Weiße drei Arbeitskräfte zu. Reinigungsbereich. Okay. Das machen wir jetzt gleich. Das heißt, wir machen den Laden auf. Hier oben rechts in der Ecke geht das. Zack. Und es geht ab. Und es geht ab. Da kommen die Mitarbeiter. Da kommen sie alle an. Sehr schön. Tipptopp. So, jetzt müssen wir gleich gucken. Gibt es sowas wie Pause? Doch, hier unten. Hier war Pause. Genau. Da kommen sie alle reinmarschiert. Moinsinn. Mahlzeit. Einen wunderschönen guten. So. Moinsinn. So. Ja. Jetzt müssen wir sagen, okay, welcher Mitarbeiter macht was? Wo war denn dieser jähzornige? Hier, Moment. Frittieren, Backen, Arbeitsplatte, Grillen. Sollen wir für zwei Sachen machen? Was hat er hier? Er hat zwei in Backen. Grillen und Frittieren nicht so. Backen und Grillen. Grillen wäre eine Möglichkeit. Und Grillen und Backen. Reinigung und Bedienung. Okay. Das hier ist die Servicekraft. Er kommt nach draußen. Beweg dich da bitte hin. Ette hier. Kommt. Kochen 2. Arbeitsplatz. Charisma 3. Was haben wir davon? Für die nächste Stufe. Okay. Wäre sehr charismatisch. Kochen, servieren. Reinigung. Prioritäten ändern. Kochen, servieren. Reinigung. Kochen, servieren. Reinigung. Also die machen alle quasi das gleiche. Es sei denn, ich ändere das. Okay. Wir haben ihn hier für Grillen und Backen. Wie heißt er hier? Das ist der Chefkopf. Das ist der Wayne, Alden. John Wayne. Zuweisen. Wayne. Geben. So. Hier auch. Zuweisen. Kann ich nicht. Alter, ich bin selber dabei. Nee. Hier, Ette, das bin ich oder was? Cool. Was habe ich denn für Skills? Gar nichts kann ich. Hahaha. Nee. Hahaha. Gar nichts kann ich. Aber wirklich. Okay. Ja, da müssen wir gleich mal gucken, was ich mache. Moment, 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 Moment. Kann ich ihn nicht noch zuweisen? Alter, wie die sprechen, ey. Amber Ross Wayne. So. Er ist auf jeden Fall für die beiden Dinger schon mal zuständig. Er ist unser Chefkoch. So. Was haben wir hier für Möglichkeiten? Wir haben Frittieren, Backen, Reinigen, Bedienen 2. Also, ich gehe auf jeden Fall hart in den Service. Das heißt, wir schnappen uns hier die Tische. Rechtsklick. Charakter zuweisen. Zack. Rechtsklick. Zuweisen. Zack. Zuweisen. Zack. Zuweisen. Also. Ist jetzt zugewiesen? Nee, ist nicht zugewiesen. Und hier einfach draufklicken und gebe ihm. So. Perfekt. Also, Service haben wir. Wir brauchen dann noch einen für Reinigen, Kochen und so weiter. Ich mache mal jetzt hier diesen Reinigungsbereich. Das heißt, wir ziehen hier von oben. Erstellen. Und ziehen hier einmal quer rüber. Ja, sheet. Wait, 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 wait. Reinigungsbereich nochmal. Oder soll ich Küche und Dingens extra machen? Nö, ich mache beides zusammen. Dann muss halt draußen noch ein bisschen den Hof fegen. So. Ist das nur erstellt? So. Nochmal. Zweiter Versuch. Bereich auswählen. Und dann muss er jetzt halt den gesamten Außenbereich auch noch mitmachen. Jetzt ist das markiert. Und jetzt müssen wir hier zuweisen den Benjamin. Der war das hier. So. Reinigen und so weiter. Das haben wir. Was hat er noch für Fähigkeiten? Jetzt gehen wir mal aus dem Reinigungsbereich hier wieder raus. Der hat noch Kochen, Reinigen, Bedienen. Drei hat er auch noch. Das heißt, auch ihn nehmen wir für draußen für den Service plus Reinigung. Das heißt, anklicken. Da ist er. Und dann haben wir doch hier schon mal das Dream Team draußen auf der Fläche. Und die zweite Person geht hier nochmal hinten rein. Arbeitsfläche, Grillen und so weiter. Ob ich da was jetzt zuweisen muss, kann ich gar nicht sagen. Bedienen nicht so gut. Kochen, Grillen und so weiter haben wir drin. Also, zuweisen, wer fehlt dir jetzt noch? Amber Ross. So, da haben wir es. Okay, damit sind jetzt eigentlich alle Mitarbeiter zugewiesen. Ich gehe jetzt mal wieder auf normales Tempo. Und jetzt sollten so langsam die Leute schon reinkommen. Ich meine, wir haben ja jetzt hier die affenscharfe Soße. Die geniale Soße. Und mit der müsst ihr doch lüppen. Was ist eigentlich mit... Oh, da kommen sie, glaube ich, schon. Ja, 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 guck mal. Da haben wir schon so ein Schild über den Kopf. Und du geitert los. Oha. Genau, hier sehen wir sogar schon die Wege, wo die hinwollen. Sehr, sehr cool. Schönen guten Tag. Die könnten auch schon mal anfangen zu reinigen. Also, warum reinigen die nicht? Er könnte schon mal heimschicken, Feuern, Pausen, Pause machen. Gedanken, Gedanken, wie ist denn das mit dem Reinigen? Oh, wait, guck mal, jetzt wird hier die Bestellung aufgenommen. Na, das ist doch cool. Erstmal auf Play wieder. Das ist doch gut, ey. Alter, läuft, ey. Vor allem renne ich hier einfach schön mit dem Hut rum. So gehört sich das. So, was ist hier? Wait, wait, wait. Achso, jetzt. Alter, kannst du nicht ausdenken. So, Ette. Was stehst du hier rum, Alten? Raus mit dir. Beweg dich. Hier, Service machen. Go, go. Attack, Alten. So, und jetzt sehen wir die ganze Zeit, was so, was so die Leute auch so sich vorstellen. Sind sie in Eile oder sowas? Mit Freunden hier. Jawohl, alles schon mal schön. Jetzt wird hier die Bestellung aufgenommen. Ihre Bestellung bitte. Schönen guten Tag. Nice. Jawohl. Nehmt ihr mal eine Bestellung auf. Jawohl. Wird auch gemacht. Alter, die sind aber, die sind aber gierig, ey. Und zack, hier bimmelt es. Und er bringt sofort das hin. Super. Jawohl. Alter, Schaschlik gibbet. Mh, Schaschlik, Alten. Und sofort ein bisschen fegen. Perfekt. Oh, was macht er jetzt hier? Warum rennen die so nach da hinten? Warum nutzen die nicht die Tür? Kann das sein, dass hier, dass hier was im Weg ist? Dass die hier nicht raus können? Hier ist bestimmt was im Weg, ey. Ja. Da ist doch bestimmt was im Weg. Die kommen hier bestimmt nicht durch. Ähm, die Blume muss weg. Baumodus. Diese Blume. Bewegen. Dahin. Oder hier mittig? Nee, egal. Hier so. Zack. So. Und weiter geht's. So, ich hoffe, die kommen jetzt hier raus. Hier wird schön gekocht. Jawohl. Er macht zwischendurch sauber. Einfach mal schön das Reinigungsmittel direkt in die Fritteuse rein. So gehört sich das. Perfekt. Ambiente. Ist soweit okay. Das ist soweit okay. Ähm. Wo sehen wir hier die, die Sauberkeit? Wo war das nochmal? Wie das hier alles läuft, ne? Aber ohne Scheiß. Bisher. Also auch so mein, mein erster Eindruck. Das war schon alles ganz gut, ey. Guck mal, jetzt war der gerade nochmal pullern. Wird der eigentlich schon bedient? Und zack, alter, richtig Cash gekriegt. Rindie hauen. Und hier setzt sich die nächste Person hin. Und weiter geht's. Zack, zack. Und da kommt noch jemand. So. Und die nächsten hauen ab. Und er wird schon bedient hier. Jawohl. Was hat er? Auch wieder Schaschlik. Ja, Schaschlik kann ich allen. So. Nächster Kunde. Ähm. Irgendwie ist das gerade... Ah doch, doch. Die laufen. Ich wollte gerade sagen. Irgendwie bedient sich oder bedient immer nur einer. Wart, 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 wart. Pause, Pause, Pause. Ich mach gerade schon Minus hier. Stopp. Was war da? Oh, ich muss Sachen nachbestellen. Ich bestelle erstmal so auf 10. Knoblauch wird auch schon knapp. Brauche ich das? Brauche ich das? Keine Ahnung. Komm, 10 Knoblauch, machst du nichts falsch. Butter geht immer. Machen wir jetzt mal 5. Wir haben noch 5. Ei, ei, ei. So, und jetzt bin ich gespannt. Ich weiß nämlich nicht, wann das kommt. Und wie das kommt. Alter, ich weiß, man muss ja irgendwann auch noch so Rezepte erstellen und sowas alles. Das soll ja auch irgendwann so richtig ins Eingemachte gehen. Aber um da hinzukommen, ein ganz, ganz anderes Teil, ey. Ganz, ganz wild. So, ach, hier ist es. Nächste Lieferung. 19 Zutaten jetzt schon. 35 Minuten. Oha. Ob das so lübt? Go, go. Verdiene 120 am Tag. Ziel abgeschlossen. Ah, haben wir hier schon. Erstelle 2 Reinigungsbereiche. Okay. Na, dann machen wir das doch auch nochmal. 2 Reinigungsbereiche kriegen wir doch hin. Das heißt, wir machen einmal den Reinigungsbereich hier hinten. Ähm. Neuer Reinigungsbereich. Siehste. Hätte ich das mal vorher gelesen, hätte ich mich hier nicht so rumquälen müssen mit dem anderen Reinigungsbereich. So. Da kommt die Ember noch hin. Die ist nämlich eh hier hinten. Und in dem Reinigungsbereich hier. Na. Da ist dann auch die Ember. Ne, da passt doch was nicht. Jetzt muss ich die Reinigungsbereiche erweitern, schrumpfen, löschen. Löschen. Okay. Erstellen. Cool. Sehr gut. Klappt super. Also, hier hinten war die Ember. Und hier vorne in dem Bereich, mit den Toiletten und allem drum und dran, haben wir den Benjamin. Ah. So. Abgefahren. Reinigungsbereich erstellt. Abgehakt. Äh. Weise drei Arbeitskräfte dem selben Gerät zu. Warum auch immer. Ich weise mich selbst auch nochmal hier, ähm, dem Brater dazu. Oder der Fritteuse, Alter. So. Rabams. Und das war's schon. Bonus. Verkaufe drei Gerichte für 70 Ocken. Oder mehr. Kriegen wir doch hin. Nächstes Level. Zurück mal mit Fortsätzen. Das machen wir noch eben schön zu Ende, dass wir hier auch noch die Bonis abzahlen. Ähm, erstmal wieder hier schön auf Play. Ich hoffe, wir bekommen alles. 24 Minuten noch. Und ich glaube, die Kunden warten schon. Wir haben, wir haben keine Burgerbrötchen. Absolute Katastrophe. Und ich stehe jetzt an der Fritteuse, Alter. Himself. Ne. Wow, 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 wow. Alter, die Altherren. Ne. Guck mal hier. Schön. Wie heißen die Dinger? Diese Glocken da? Die haben doch so einen speziellen Begriff. Also irgendwas muss hier mit der Tür nicht in Ordnung sein. Irgendwas stimmt mit der Tür nicht. Guck mal, ich bin auch gerade hier außen rumgerannt. Das kann doch nicht sein, ey. Da stimmt was nicht. Rabams. Nicht schlecht. Die haben schon mal ordentlich, ordentlich, äh, diniert. Gut Kohle da gelassen. Aber es waren noch nicht drei Gerichte für 70 Euro oder mehr. Verkauf für drei Gerichte für 70 Euro oder mehr. Wobei, eins hatte ich ja dabei, ne? Klar, Mahlzeit. Räucherspeck wird knapp. Alter, Räucherspeck. Wo ist er? Wo ist er, der Geräucherte? Schokotropfen. Was es alles gibt, Alter. Sag mal, Räucherspeck. Das muss doch hier im Fleischbereich. Räucherspeck. Räucherspeck. So, zieh mal nach hier. Sieben Stück. Rinder, Hack. Können wir auch nochmal direkt nachziehen. Sechs Stück. Also, das mit der Lieferung habe ich noch nicht so ganz geblickt, ob das immer automatisch geliefert wird, im automatischen Rhythmus. Hat man immer feste Lieferzeiten. Und wenn alles, was ich bis dahin bestelle, so sieht es gerade aus. Alles, was ich bis dahin bestelle, wird dann auch geliefert. Aber ich muss es eben bis dahin auch alles eingegeben haben, weil es gibt hier nicht sowas wie eine Kasse oder sowas. Zutaten pro Stunde geliefert werden. Zutaten, die pro Stunde geliefert werden. Da unten steht es doch. Einfach mal lesen, Alter. So. Also. 43 Zutaten werden geliefert. Also in 26 Minuten. Einmal pro Stunde wird geliefert. Ist schon krass. Das ist natürlich ein Just-in-Time-Service der besonderen Art, Alter. So. Hier wird gerade wieder abkassiert. Aber leider nur um die 50. Jetzt muss ja aber einer sauber machen, Alter. Die haben ja hier gearscht. Das kannst du dir ja nicht ausdenken. Komm, Alden. Benjamin. Mann, macht der wieder schick. Schockgüsel. Sehr gut, ey. Und hier auch. Der nächste Tisch. Alter. Und wie er das schön wischt. Fein säuberlich. Das ist nicht nur sauber, das ist rein. Bestellung wurde geliefert. Sehr gut, ey. Alter, was ist das jetzt? Rezepteditor. Näh. Wait, 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 wait. Wie? Anrichten. Näh. Rezepteditor. Okay, da gehen wir ein anderer mal rein. Das machen wir jetzt noch nicht. Das machen wir noch nicht. Das, das klingt ja wild. Da sehe ich mich ja schon wieder, Alter, die wildesten Aromen kombinieren. Abgefahren. So, ich hätte gerne nochmal einen schönen Bonus hier. Mindestens mal wieder einen dicken, fetten Bon 70 Ocken. Sag mal, wurdest du eigentlich schon bedient? Was ist denn hier mit ihr? Sag mal, kriegst du schon? Gedanken? Die deckt auch nichts. Grillen, Knoblauch, Rippchen, Leibspeise, Rippchen. Plaudern, kleiner Magen. So, jetzt. Bong. Hä? Oh, die hat einfach nur verdaut die ganze Zeit. Oh mein Gott, ein Testesser. Oh, das sind doch. Das ist doch die Konkurrenz. Das sehe ich doch sofort, Alter. Die sind doch hier vom Nachbarrestaurant. Näh. Logan Rocher, Alden. Näh. Oh Mann, okay. Jetzt, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir uns beeilen. Jetzt muss hier aber auch alles vom Feinsten sein. Wenn die Konkurrenz hier schon reingeht und probiert. Alter, dann wird es wild. Dann wird es wild. Zack. Ich glaube, das erste war fertig, ne? Eins, zwei, drei. Hä? Was machen die? Was machen die? Warum stehen die jetzt hier rum? Warum stehst du hier rum? Warum stehen die mit diesen Hauben hier rum? Alter, ohne Scheiß. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass die hier irgendwie nicht durchkommen. Und dass ich mir gerade irgendwie selber was kaputt mache. Doch. Ah doch. Jetzt wird abgeliefert. Und er nimmt. Okay, die tragen einfach nur die ganzen Sachen hin und her. Es wird alles gemacht. Es wird alles geliefert. Die sind auch hart am Frittieren und am Grillen. Es gibt nur übrigens nur frittiert und gegrillt. Hauptsache schön heiß und fettig. Alter, so lieben wir das. Ran damit. So. Nur aber go hier. Ah, hier ist... Ah, hier kommen die nächsten Rezepte. Schön Kartoffelpüree, Algenkriebs, heute. Zack, fettig. Bitteschön. Gönnen, Algen. Lass schmecken. Und jetzt wird die Niert. Schön reiniftern, Alter. Jawohl. Und? Schmarket, Algen. Ich bin mit Freunden hier. Ich bin mit Freunden hier. Ich bin mit Freunden hier. Vulkanburger essen. Die essen alle den Vulkanburger. Und sie ist ein bisschen langsamer als andere. Naja. Offensichtlich... Sind die ganz zufrieden. Was ist denn das für ein Zeichen hier? Wahrscheinlich wird es gekocht. Okay. Da wird es gekocht. Und hier sitzen sie einfach rum. Bestellung bitte. Oh ja. So. Der nächste hier. Ka-ching. Okay. Die haben noch ein bisschen geplaudert und gesessen. Jo. Also von der, ich sag mal, Anzahl der Tische und so Sachen ist das doch sehr angenehm. Kann man das doch ganz gut machen. Lübt. Und ich glaube so Anzahl des Personals lübt auch. Wir sind knapp im positiven Bereich mit all dem, was wir gemacht haben. Also das funktioniert alles schon ganz gut. Und jetzt hocken auch die hier rum und schnacken. Sie hat gerade fertig gegessen. Zwei Sterne Bewertung ist jetzt noch nicht so der... Oh mein Gott. Stopp, 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 stopp. Mega Sloppy war ekelhaft. Kosmische Banane war günstig. Wirklich. Watt, watt, watt. Alter, wie es war ekelhaft. Gedanken. Mir ist eiskalt. Ja, geil. Geringe Erwartung, schnell gehen. Der haut einfach ab. Oh, es ist Winter draußen. Krass. Das ist ja cool. Die rennen hier schön in Jogginghose und in kurzer Hose rum. Mitten im Winter. Ja, abgefahren. Also wirklich... Oh, geil. Das ist aber cool gemacht, ey. Schön alles eingeschneit. Ähm... Jetzt überlege ich natürlich, muss ich vielleicht doch eigene Rezepte erstellen, wenn er gesagt hat, die Banane war ekelhaft. Jetzt gibt es hier unten gerade auch noch einen Zutatenrabatt. Man kann also sehen, also es gibt zwischendurch irgendwelche Angebote. Im Lebensmittellager würde man sehen, was gerade einen Rabatt hat. Ähm... Gänseleber. Exotisch und was nicht alles. Hier. Ui, 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 ui. Okay. Aber ich habe halt nichts davon, ne? Das sind alles so Artikel... Ah doch, hier. Ja, da muss man natürlich dann reinhauen. 43% Rabatt. Okay, das sind natürlich krasse Aktionen. Da machst du ja dann übelst den Gewinn mit, wenn du sowas drin hast. Aber es sind auch nicht alle. Cool. Aber sehr, sehr cool, dass auch sowas mit drin ist im Game. Das macht es auch noch mal wirklich auch noch mal so ein bisschen realistischer, dass man sagt, okay, welche Sachen sind vielleicht gerade in der Aktion und was koche ich jetzt aus diesen Sachen, die vielleicht gerade in der Aktion sind. Und damit macht man dann natürlich auch in einem Restaurant ordentlich Cash, ne? Günstig einkaufen und als Special verkaufen. Nice. Okay, da sind ein bisschen ein paar Sachen waren da drin. Werden einfach mitbestellt. Ich bin bisher echt zufrieden. Ich gehe mal auf eine Nummer schneller. Also für mich, muss ich sagen, macht das im Moment jetzt schon richtig Bock, das Game. Ich bin gespannt, wie schwer es wird. Es soll, es soll sehr, sehr komplex werden. Es soll auch wirklich schwierig werden. Und vor allem, dieser nächste Bereich oder der Bereich des eigenen Rezepterstellens, das kann doch nur noch geil werden. Da bin ich super gespannt, was da noch geht. Ich würde sagen, wir machen hier mal hier mal noch so ein bisschen weiter. Oder ich mache noch mal ein bisschen weiter. Wir haben eine sehr gute Bewertung wiederbekommen. Sehr, sehr schön. Und ich gucke mir das noch ein bisschen weiter an. Und dann gehen wir einfach beim nächsten Mal ab in den nächsten Game-Modus. Wir gehen so schön die Kampagne einfach erst mal ein bisschen durch. Das passt doch ganz gut. Und ich bin, wie gesagt, übelst gespannt, wie es euch gefällt. Wenn es euch gefällt, gerne einen Kommentar unten drunter lassen, ob das nicht auch was wäre für einen Livestream. Ich kann es mir gut vorstellen, dass wir uns da einfach mal schön zwischen dem Russian Fishing 4 Game, dass wir uns da im Livestream zwischen den Tagen auch einfach mal hier ins Restaurant hocken und dann ein bisschen wild kochen. Wie gesagt, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen für das Video, Kanal abonnieren nicht vergessen und dann verpasst du auch die nächsten Videos nicht. Na, ist es denn wahr? Auf einmal ballert hier der Tagesrückblick rein. Das ist ja der Hammer. Könnte besser aussehen, haben 13 Kunden gesagt. Sehr nett sieht es hier aus. Hier ist es sauber. Bediente mich sehr schnell. Günstig, wirklich gut. Hier, bla bla bla. Also von der Wertung her gar nicht so schlecht. War okay. Okay, ein paar. Oh, war unhöflich, war unhöflich, war mies. Mega-Soppy war okay, okay. Also es waren auch ein paar Solar Lab Bewertungen dabei, aber es waren auch viele dabei, die wirklich gut sind. Finanzen haben wir hier noch. Das ist ganz gut. Wir haben ein bisschen ausgegeben. Das muss natürlich jetzt besser werden, aber das ist ja auch klar. Vorräte, Renovierung und so Sachen, Renovierung über 1.000. Das ist auch ganz klar. Und ansonsten ohne diese 1.000 für Renovierung hätten wir ordentlich im Plus abgeschlossen. Personal hat auch ein bisschen Skill bekommen. Sehr gut. Ich bin echt gespannt, wie das Game weitergeht. Also, wie gesagt, wenn es dir gefällt, Daumen da lassen fürs Video. Kanal abonnieren nicht vergessen, damit du auch die kommenden Videos nicht verpasst. Und wenn du Bock hast, das im Livestream zu sehen, auch gerne unten mit in die Kommentare reinschreiben. Bis zum nächsten Mal. Guten!